Hallo Hi Du hast dich überhaupt nicht verändert Ach wirklich? Möchtest du einen Kaffee? Danke, gern Kekse? Selbstgebacken Danke, du bist ein Schatz Lecker Du weißt gar nicht, was es für mich bedeutet, dass wir uns endlich wieder versöhnt haben Du warst immerhin meine beste Freundin und ich hab dir... Ja, den Verlobten ausgespannt, den du in vier Stunden heiratest Dreieinhalb Ich weiß, ich bin ein Schwein Kannst du mir irgendwann wirklich verzeihen? Keine 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Windshear